Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Inning am Ammersee, ein idyllischer Ort. Hier kam Anton Mang am 29. September 1949 zur Welt. 31 Jahre später, am 30. Juli 1980, empfingen die Inninger ihren Toni mit Blumen und viel Applaus, denn drei Tage vorher wurde er in Finnland Weltmeister. Hier die beiden unzertrennlichen Freunde, Anton Mang und sein Mechaniker Sepp Schlögl. Im zweiten Wagen sein Sponsor, der allseits bekannte Michael Krauser, daneben der Bürgermeister aus Inning mit seiner reizenden Tochter. Einige tausend Menschen jubelten begeistert den beiden, dem Toni und dem Sepp, zu. Auf dem Sportplatz wurde dann unter Flutlicht bis spät in die Nacht hinein gefeiert. Dabei wurden einige Fässer Freibier ausgeschenkt. Hier der Schlöglsepp mit seinem Sohn. Der Toni wurde fast erdrückt. Jeder wollte ein Autogramm. Besonders natürlich die Kinder. Blenden wir einige Jahre zurück, als Sepp Schlögl noch bei Dieter Braun Mechaniker war. Hier eine Aufnahme vom Hockenheimring 1975. Dieter Braun, der zweimalige Weltmeister, bei dem auch Anton Mang einmal Mechaniker war, trug viel dazu bei, dass Mang eine steile Karriere machen konnte. Seinen ersten Grand Prix-Sieg feierte Mang 1976 beim großen Preis von Deutschland auf dem Nürburgring. Mit seiner 125er Morbidelli fuhr er allen auf und davon. Der glückliche Sieger. Nach langer Zeit erklang wieder einmal die deutsche Hymne. Erster also Anton Mang, zweiter Walter Koschin, dritter Julian van Zeebrück. Anton Mang versuchte sich auch in der Halb-Liter-Klasse. Hier Schlöglsepp mit der Wambolt Suzuki bei der Abnahme in Imola. Mang bestaunte schon damals die neuen Kawasaki's. 1978 bekam er dann zwei dieser Werkmaschinen, mit denen er 1978 in Daytona, den vierten und 1979 den dritten Platz in der 250 Kubikzentimeter-Klasse belegte. Das ist sie, die Kawasaki. 1979 war Mang im WM-Endklassement vierter und sechster. Für 1980 wurde ihm der Werksvertrag gekündigt. Aber zwei Idealisten nahmen sich seine an. Es waren die Firmen Krause aus Mehring und Rallysport aus Garmisch-Partenkirchen. Mang beim Mai-Pokal-Rennen in Hockenheim 1980. Nicht mehr grün, sondern mit dem bekannten Krauser-Farben. Mang war wieder Privatfahrer, aber er fuhr von Sieg zu Sieg. Sein Mechaniker hat die inzwischen drei Jahre alten Kawasaki-Motoren so frisiert, dass die Werksmechaniker vor Neid erblassten. So fuhr Toni Mann beim Mai-Pokal-Rennen 1980 in Hockenheim allen davon. Gleich beim ersten WM-Lauf in Misano im gleichen Jahr gewann Mann vor Balde das 250er-Rennen. Erster Mang, zweiter Balde, dritter Conforti. Beim dritten WM-Lauf in Frankreich wurde Mang zweiter hinter Bellington. Nach dem Rennen will das begeisterte Publikum Sie natürlich noch einmal sehen, die Sieger. Das unvermeidliche Interview. Toni Mann im Gespräch mit dem Chefredakteur der Zeitschrift Motorsport Aktuell. Von Frankreich nun einen Sprung nach Jugoslawien. Auch hier wird, wie vor jedem Rennen, eifrig geschraubt und trainiert. Für das Rennen in Rijeka konnte Cork Bellington wegen Krankheit nicht an den Start gehen. So gewann Anton Mang überlegen das Rennen der 250 Kubikzentimeter-Klasse. Nach Anton Mang stiegen Giambolo Marchetti als Zweiter und Sauro Pazzaglia als Dritter auf das Siegerpodest. Das Rennen in Rennen in Rennen in Rennen. Auch beim großen Preis in Belgien, in Zolder, war Bellington noch nicht dabei. Anton Mang gewann und baute seinen Punktevorsprung so weit aus, dass er in Finnland, drei Wochen später, vorzeitig Weltmeister in der 250 Kubikzentimeterklasse wurde. Beim großen Preis von England in Silverstone konzentrierte sich Mang dann mehr auf die 350 Kubikzentimeterklasse. Mechaniker Schlögl hält die Maschine bereit. Auch Lavado fährt an den Start. 350 Kubikzentimeter. Erste Reihe Anton Mang, John Eckerold und Jean-Francois Baldé. Mang ging sofort in Führung, gefolgt von Eckerold. Toni fuhr, wie es sich für einen Weltmeister gehörte. Eckerold hatte keine Chance. Ein Engländer stürzte, hatte jedoch Glück, nur leichte Verletzungen. Streckenposten und Sanitäter sind schnell zur Stelle. Die Bahn selbst aber blieb frei. Das Rennen ging mit unverminderte Härte weiter. Jedoch nicht für den Gestürzten. Seine Hoffnungen auf einen guten Platz waren dahin. Seine Maschine nur noch Schrott. Und wieder endete ein Rennen mit Toni Mang als Sieger. John Eckerold musste sich mit dem zweiten Platz begnügen. Erik Saul wurde auf den dritten Platz verwiesen. Startaufstellung 250 Kubikzentimeter. Mang neben Kork-Berlington wieder in der ersten Startreihe. Start in Zeitlupe gesehen. Tony Mang hatte wieder einen guten Start und übernahm schon nach der ersten Kurve die Führung. Freundin Waltraud und Helfer Franz verfolgten ihn und seine Konkurrenten. Denn durch sie erfuhr das deutsche Rennfahrerass, wie viele Runden er noch zu fahren hatte. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 goes geht weiter. Er vient dir, ob wir aus shoten, wie viele Runden hierherrassen. Bei Schlebst treffen die Kork-Ber since Anfang herr From 18. Honestly, ozone viel auf die Kork-Bereich theatre, und sie Jungs zur Zeitver damen. Eiga Rinseler. Der Blüte der Brempenfel istosier. Schlecht hat sich jetzt wieder ernstiger aus! Wobreche Handels incorporativi geklekt. Er culturesk consolatet encapsulMent das neue Rappen-Reduch. Er Committee weiß ein Paar St. gr tall���又 ents provisions kişượctit original. Er traiter particles entstehen, vino mit einem St. rim, based fortem wie der Korknitz cụ. Mike Krauser, früher Selbstgespannfahrer und viermal deutscher Bahnmeister, verfolgte gespannt seinen Toning. Aber dieses Mal war Cork Bellington der Schnellere. Mank war mit dem zweiten Platz auch sehr zufrieden. SPE wurde Dritter. Brünnen in der Tschechoslowakei. Startaufstellung 350 Kubikzentimeter. Mank neben Ekerold wieder in der ersten Startreihe. Beide auf der Lauer, denn ein guter Start kann über den Sieg entscheiden. Start! Mann vorne! Im Laufe des Rennens fiel Ekerold sogar bis auf den zehnten Platz zurück. Und wieder heißt der Sieger Toni Mang. Zweiter, Balde. Dritter, Seel. Wer würde den Toni nicht um seinen Sieg beneiden? Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Wir sind fertig, was sie von Ihnen liebten, bis zur Zeit? Im Laufe des Rennens fiel Ekerold wieder in der ersten Startreihe. 250 Kubikzentimeter Rennen. Mann vor Bellington. Sponsor Schwabe Schott aus Garmisch-Partenkirchen beobachtet mit Schwerzel, Schlögel und seinem unermüdlichen Franz das Rennen. Das Ergebnis erster Anton Mann, zweiter Cork Bellington, dritter Jean-Francois Valde. Musik Das war das dramatischste Rennen der letzten Jahre. Die Zuschauer hielten ihrem Toni die Daumen. Großer Preis von Deutschland für Motorella. Deutsche Tourist-Locky aus dem Nürburgring. Lauf die Weltmeisterschaft. Musik Anton Mann hatte hier das schwerste Rennen in seiner Laufbahn vor sich. Er und Eckerold hatten je 48 Punkte bei diesem letzten WM-Lauf des Jahres 1980. Musik Alles drängte sich um den Favoriten Mang. Gustav Reiner kam sich dagegen einsam vor. Musik Ergreifend die folgenden Szenen. Eckerold Hand in Hand mit Frau und Kind auf dem Wege zum Start. Musik Das erregte Aufmerksamkeit. Der Presse gegenüber hatte er gesagt, Sieg oder Sturz. Musik Musik Aus der ersten Runde kam Eckerold mit großem Vorsprung zurück. John Eckerold in der Südkurve. Musik Anton Mann hatte keinen guten Start. Nach der zweiten Runde übernahm er jedoch die Führung. Die Zuschauer tobten. Musik Unheimlich schnell waren die beiden unterwegs. Eckerold stellte mit 8,25,9 einen neuen Rundenrekord auf. Tony Mann war nur siebenzehntel langsamer. Balde, Cicotto und Hansford. Musik Auch Jacques Cornu, Geoffrey Seel und andere Fahrer kämpften um gute Plätze. Musik Inzwischen hatte sich Eckerold wieder an die Spitze gesetzt. Musik Einen erbitterten Kampf lieferten sich immer noch Balde, Cicotto und Hansford. Musik Seel und Cornu abgeschlagen. Musik Gustav Reiner, der deutsche Meister aus Bietingheim. Musik Das Rennen ging seinem Ende entgegen. Letzte Runde, Eckerold vor Mang. Musik Weit abgeschlagen kämpften Cicotto, Balde und Hansford immer noch um die Plätze 3, 4 und 5. Musik Geschafft. Auf den Rängen und an den Boxen löste sich die Spannung. Sieger und damit Weltmeister, Jon Eckerold. Toni Mann wurde Vize-Weltmeister. Tonis Freundin Waltraud war glücklich, denn sie hatte ihren Toni wieder. Musik Nach diesem draufgängerischen Kampf ist der neue Weltmeister, Jon Eckerold, wieder ein glücklicher Freund. Die Gemeinde Innink ist stolz auf ihren Weltmeister und Vize-Weltmeister Toni Mang. Im Namen der gesamten Bürgerschaft von Innink überbrachte das Gemeindeoberhaupt den Willkommensgruß. Musik Herzlich Willkommen in der Gemeinde Innink und ich gratuliere dir als Weltmeister von Herzen im Auftrag des Gemeindeeraus Innink und Weltmeister. Die weitere Angst, dass ich nicht am Sportgelände stand, da kurz. Ich darf dir jetzt einmal den Blumenstrauß, jetzt wo ist der Sepp. Sepp, auch herzlichen Glückwunsch. Du bist ja das Film, was ihm verholfen hat zum Weltmeister. Ich gratuliere dich auch recht herzlich. Genau, Sepp. Die weitere Angst, dass ich komm zusammen. Das bleibt dann. Frau Mang als Mutter, darf ich Ihnen auch recht herzlich gratulieren, dass Sie so einen Sohn haben, der der Gemeinde Innink so große Ehre gemacht hat. Ein Tag voller Glückwünsche. Am 20. September 1949 in Innink in der Ringgasse 1, wo er heute noch lebt bei seiner Mutter. Eltern waren Alois und Maria Mang. Der Toni Mang ist in Innink aufgewachsen und zur Volksschule gegangen. Und mit sechs Jahren war er schon fast berühmt geworden. Er hat beim Schonger-Film mitgewirkt. Nochmals der Bürgermeister. Besonders sehr verehrt. Herrn Sepp Schlödel, der sein ganzes König in den Dienst der Errungenschaft gestellt hat. Eine ganze Gemeinde freut sich mit ihm. Mit Toni Mang. Prost Toni. Also. Bis zum nächsten Mal. Das war's. Da ist ein sehr, sehr. Das war's. Vielen Dank.